So, wir kommen zu einer Kräftigungsübung für den vorderen Rumpf, für die Bauchmuskulatur und zwar die Übung nennt sich die Glocke Klingeln. Ist nicht so schwer, aber super effektiv für unsere Bauchmuskulatur. Wir begeben uns in die Rücklage, legen uns auf unseren Rücken, können gerne einen Polster für den Kopf nehmen, damit der Kopf schön angenehm aufliegt und jetzt versuchen wir den Bauchnabel einzuziehen. Wir stellen uns vor, direkt vor unserem Bauchnabel ist eine Glocke und die versuchen wir mit unseren Zehenspitzen zu klingeln. Wir machen eine Rumpfspannung, die Lendenwirbelsäule drückt gegen die Matte, somit haben wir bereits eine Bauchspannung und so kommen wir viel leichter zur Glocke hin. Einmal ganz kurz anklingeln und die Beine wieder zurück. Wir machen das Ganze fünf Mal. Spannung im Bauch und versuchen die Glocke anzuklingeln. Und nochmal, das dritte Mal. Die Zehenspitzen so hoch wie es geht, das Becken hebt ganz leicht von der Matte ab und so kommen wir zur Glocke hin. Noch ein letztes Mal. Schön hoch hinauf und lösen wieder langsam. Das war die Übung für einen kräftigen Bauch, für einen gestärkten Bauch. Viel Spaß beim weitermachen. down. Untertitelung des ZDF, 2020